Eine Dreiviertelstunde mit dem Fährschiff von Amrum entfernt, die Runde Nachbarinsel Föhr, Grüne Insel genannt. Ganz Forsche laufen von Amrums Nordspitze bei Ebbe zu Fuß hierher. Föhrs Strände sind erheblich schmaler als die von Amrum und das Meer gibt sich hier meist still wie ein See. Föhrs größter Ort Wieg darf wohl gegen Wittdün auf Amrum und erst recht gegen Westerland auf Sylt, als die schönste der drei Inselhauptstädte bezeichnet werden. Der Kurort hält auf sich, mit Fußgängerzonen und Terrassencafés, mit lauschiger Promenade und dezentem Kurkonzert. Wer Ostseebäder liebt, muss auch Wieg lieben. Äußerlich vergleichbar mit Nebel auf Amrum und mit Kampen oder Keitum auf Sylt, Föhrs Friesendorf Niblum. Nur dass die Kurtaxi hier täglich 1,20 Mark kostet und in Kampen 3 Mark. Und das Zimmer mit Frühstück für 8 Mark hier in Niblum würde in Keitum auch gleich das Doppelte und unter Kampener Strohdach gar das Drei- bis Vierfache kosten. Föhr ist die Insel der Marschen- und Bauernhöfe und der Ferienhäuser und der Ferienwohnungen. Föhr ist die beschauliche, liebenswert Sanfte unter unseren drei Schönen. Föhr ist die Insel der Ferienhäuser und der Ferienhäuser. Föhr ist die Insel der Ferienhäuser, der auf den Meter verteilt.